Der Ball der Vorarlberger in Wien stand heuer unter der Patronanz von Lech. Wir haben jetzt rund 100 Lecher und 650 Wiener mit einem sehr, sehr, sehr starken Vorarlbergbezug. Ich bin ja mit fünf von Wien nach Vorarlberg exportiert worden und habe das sehr genossen, dort mit aufzuwachsen. Können Sie überhaupt noch Dialekt? Wir sind oft leer im Urlaub, sie ja auch. Das ist der 33. Ball hier im Palais Verstel. Vorher war der Ball im Kursalon Hübner. Man weiß nicht, wie lange es diesen Ball in Wirklichkeit schon gibt. Wenn man feiert bei uns im Land, da schreibt man nicht immer genau auf, wann man das tut. Man macht es einfach, wenn einem danach ist. Also heute wird nur im Dialekt geredet, oder? Genau. Ja, heute wird im Dialekt geredet, ja. Genau. Aber selbst für mich kann es schwierig sein. Also ein hinterer Prägzer Wälder oder ein ordentlicher Lusstenauer ist sogar für einen Landeshauptmann nicht immer leicht verständlich. Wir haben den eigenen Dialekt und können gehöre geredet. Ist der anders, wo wir unterlassen? Ja, also wir sehen uns und nicht uns. Also es gibt schon auch Geiß und nicht Geiß. Also wir haben ein paar Wörter, die einfach anders sind. Wir müssen halt Walzer und reden auch sagen. Jetzt bin ich ja ein Zugraster, ein Tiroler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja froh, dass ich alles gut verstehe. Hermann Falker macht das sehr gut. Wir sind halt, dass wir wünschen. Wir werden Tiroler, gell? Wir werden Tiroler, so sehr gut. Ander Sie. Ander Sie. Under Sie. Under Sie. Man. Danuar Sie.